Die Börse kämpft mit Anlegern, die in der vergangenen Woche ihr Geld aus dem Land abgezogen haben, warum? Der thailändische Bad hat an Wert verloren und ein Zehn-Monats-Tief erreicht. Diese Abwertung wird auf die Besorgnis über die hohen Ölpreise und die Ausgabenpläne der Regierung zurückgeführt, die zu einer Ausweitung des Leistungsbilanzdefizits des Landes führen könnten. Die Börse wurde auch durch den Verkaufsdruck aus dem Ausland beeinträchtigt. Darüber hinaus hat die thailändische Regierung vor kurzem ein Konjunkturprogramm im Wert von 560 Milliarden Bad, ca. 15,8 Milliarden Dollar, angekündigt, um die Nachfrage anzukurbeln. Diese Faktoren haben zusammen zu der derzeitigen Situation des thailändischen Bad und der Börse beigetragen. Nach Monaten des politischen Manövrierens, der Verhandlungen, der Koalitionsbildung und der Rückkehr des ehemaligen Premierministers Thaksin Chinawatra beginnt die neue thailändische Regierung nun, sich zu etablieren und einige ihrer konkreten politischen Pläne zu enthüllen. Und wenn man den jüngsten Ankündigungen von Premierministers Ratatawisin Glauben schenken darf, hat diese Regierungskoalition einige sehr kühne und, für Thailand, unorthodoxe wirtschaftspolitische Maßnahmen im Sinnpunkt. Zurzeit sind noch keine Einzelheiten bekannt, aber es sieht so aus, als ob es sich um direkte Überweisungen an die Verbraucher handeln wird. Neben der Ankurbelung der Nachfrage durch Barzahlungen sind auch eine Senkung der Energiepreise und ein Schuldenmoratorium für einige Kreditnehmer geplant. Es bleibt abzuwarten, wann der Haushalt 2024 tatsächlich fertiggestellt wird, aber diese Ideen sind untypisch für die thailändische Wirtschaftspolitik und würden, wenn sie umgesetzt würden, ziemlich bedeutende Reformen darstellen. Dies deutet darauf hin, dass die neue Regierung über den Zustand der Wirtschaft besorgt ist, da das Wachstum im Jahr 2023 bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Diese Bedenken könnten durch die Tatsache verstärkt werden, dass diese Regierung die Macht nach einem komplizierten und kontroversen politischen Verhandlungsprozess übernommen hat, bei dem die Partei, die bei den Wahlen im Mai die meisten Sitze gewonnen hatte, von der Koalition ausgeschlossen wurde.